hey leute und willkommen zu einer neuen folge mein war mit dabei ist wieder der jan und der nick okay wir haben jetzt die weapons box in der letzten folge zusammen oder gemacht und er hat schon die barrett und ich gucke mal ob ich mir jetzt irgendeine billige waffe machen kann die muss ja nicht viel tausend 15 iron soll ich das machen ja warte schwarzpulver wir haben aber kaum schwarzpulver für muni deswegen macht ja nicht viel munition wo kriegen wir den gunpowder ja ich kann mir eben gar keine hole damit holen weil wir brauchen vier gunpowder und wir haben nur ein so kriegt man den gunpowder her außerhalb ja außerhalb mit noch mit magma kuschel kuschel so was alles ja oder das dann ist welt obsidian farm what the fuck was ist denn hier das ja ich kann mir schon diese waffe machen und die anscheinend system packen die ist zwar bestimmt nicht die beste aber besser als nichts mp5 da habe ich so ja 30 schuss schon so ich bin ich aus dem vollbild reingegangen okay jetzt geht wieder alles ja jetzt sehe ich auch wieder meine maus also da gab es ein black screen doch nicht so schlimm so weit also bei mir hat sie noch gar keinen schuss weil ich ja deswegen ist ja klar ja das müssen wir auf creeper jagd gehen aber da würde ich sagen müssen wir das wohl entweder mindestens zu zweit machen dass das skelett mit den explosiven fallen soll ich solch rein gehen ja aber wir müssen daran vorbei okay das müssen wir man weiß auch nie wie die aussehen ob das jetzt die über krassen sind oder eben nicht da ist so ein über krasser creeper helfen 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 hier was ich habe hinter dir oh shit scheiße 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 ach du scheiße was ist aber was was war das für ein creeper ich hoffe ich stelle ich würde den radios stehen wetten ich wäre auszureichen schlagen ich habe nicht mehr viel leben es doch nicht wird nicht mehr gestorben ich wäre fast gestorben an deinem schlag sorry hinterbringt doch jemand ja ich habe nur noch drei herzen gehabt nachher also ja ich habe auszusehen nur so rum gestorben auszusehen alles auszusehen okay ja die frage ist was jetzt machen wir können natürlich sand und clay farm ich glaube das werde ich auch mal machen ist ja jetzt schon bald wieder nacht oder kann ich schon fahren gehen er ist jetzt schon bald nacht oder kann ich jetzt noch fahren gehen ja wir haben noch ein bisschen was dann fahr ich so einfach mit dem jeep bisschen raus warte ich komme dann mit okay warte warte ich bin ja es geht die sache geht schon wieder und das dauert vielleicht so vier minuten okay komm zum haupteingang warte ich nehme einfach ein bett von oben mit wenn es fast wieder dunkel wird dann kann man schlafen legen ja was blöde ist wenn wir uns verschlafen legen und dann sterben haben wir spawnen wir in der mitte dafür müssen wir das risiko eingehen ja oh scheiße wie das einfach nur aussieht wotth du buchst gerade ein bisschen was ja oh gott nein ich kann nichts machen komm gebt gas okay jetzt denn euch hinterher wotth oder ist ein enderman hallo warum hast du denn angeschossen habe ich nicht lol scheiße was ist das hast du nicht rückwärts was ist das nicht abbauen nicht abbauen ja aber den baum ja aber nicht den jeep ich mag sonst den abbauen mal gucken der packt einfach so rum warum hat den baum ab ich gehe gerade in den rückwärtsgang der nicht vernünftig funktioniert wo wie langsam erwartet ja okay versuch du slag oder hat geleckt wir das einfach rum bürg kripper männer kripper ja es ist ja so ein endermann das ist ein artikel und so Gott ich glaube es ist sehr gut was wird die Titel hier die sich umsetzen du wachst einfach mega drumherum ja du auch ja weißt du was ich drücke rückwärtsgang dann wir wollen lieber wir wollen jetzt zu bestimmen erstmals selbst macht ja scheiße das lieber zu base gehen ja ich sehe es bis in die luft geflogen also ganz schnell einfach aussteigen und dann scheiße okay was ist denn das ist ein körper der sich weg teleportiert oder sind da sind op dinge glaube ich dass die sehen immer nur so okay aus manchmal sind es auch keine op dinge er ist auf mich wütend er ist nicht ok er ist auch logisch ist leider nicht aber egal ob wir kommen zu ich blog einfach die ganze zeit automatisch frag mich nicht warum in so einem biome wo so sehen sei ich sag ich mal sind wo man halt kläften können also als im wald biome wo halt so see drin sehen sind dass ich mir das nennt dann über die grenze dürfen wir doch auch mal ja ich glaube man darf über die grenze man darf über die grenze aber die mobs sind dort op also nur tagsüber hingehen weil bei unserem biome hier in der nähe da findet man nichts ja nur aber wirklich aufpassen dass wir nachts auf jeden fall hier weg gehen ok hier kann man gut clay finden wir müssen ein bisschen aufpassen das ist ton ne es ist clay ok ich hab clay ok das ist schon mal nice oh ich ertränke ok ja wir haben ja hab ich dann müssen wir jetzt ein bisschen ton fahren weil ton ist für fiberglass und haben schon gleich fiberglass das gute ist auch dass wir nahe an der grenze sind wir können halt immer dort farben bloß nur tagsüber halt sand können wir auch ein bisschen mitnehmen du kannst ja sand fahren wenn du willst so ich glaube ich habe zweieinhalb steaks fast ja ja ich habe keine ahnung und warum ist der jetzt auf dem server der macht doch eigentlich noch gar nicht mit oder ich weiß nicht also da war ja bevor du eigentlich ja ja schon klar aber der macht ja jetzt noch doch eigentlich gar nicht mit oder oder noch nicht mit lassen auf dem server er hat sowieso noch keine start sachen ja ja kann er auch ruhig ok einfach mal das ganze sand da mache ich schon mal diese clay and sand mixture stelle ich mal auf deinen weg drauf so sand und clay das clay muss ich glaube ich erst verarbeiten zu clay blöcken ich immer versuchen ja logisch so dann hier nochmal 16 blöcke also wir kommen gut voran so dann nochmal hier ich gebe dir mal das was ich habe ok ja sonst mache auch notfalls auch mal das weil sonst dauert das so lange einfach ich gebe dir gleich nochmal was einfach das clay so in die vier felder reintun dann kriegst du so clay blöcke das ist halt nervige arbeit ich bin fertig mit meinem zeug so schnell ich glaube du hast ok oh scheiße ok wir haben jetzt mega viel wir können mega viel fiberglass machen das wird so op werden ok dann noch ein bisschen sand für glas wenn das was du wenn man auf die uhr schau'n ja uhr schau'n aber es macht gerade so bock ich glaube wir nehmen wir nicht so lange auf weil das wird dann mega op dann haben wir schon mega viel fiberglass schau'n dann auf die uhr dann haben wir am anfang der folge gestorben ja 19 nach wie so ungefähr ja um 19 21 21 nach aber da können wir noch ein paar minuten machen schon wieder oh gott schon wieder ein minecraft update wie ein minecraft update der launcher wird geupdateet gerade richtig häufig ich weiß richtig nervig auch ich bin jetzt da wo wir reingekommen sind kein windows und so keine ahnung wo bist du jetzt ich farm da gerade noch das restliche sand wegen glas aber ich denke wir haben jetzt auch genug ja ok wo bist du jetzt ich bin jetzt da wo wir reingekommen sind ok dann komm ich mal wieder hin dann können wir zurückfahren hast du den jeep abgebaut oder steht der noch ich hab ihn da stehen lassen ok gut du darfst mich navigieren ich weiß nicht wo ungefähr unsere face ist ja eins einfach geradeaus ja da siehst du schon wie er einfach weiter fährt kann ich abgebaut oder ja ich denke das bleibt sowieso auch scheiße ja von mc helikopter die sachen sind viel besser wir haben hier noch viel kohle oh mein gott das wird so viel fiberglass geben geht das auch geht das auch oh mein gott guck mal in den ofen rein was da gerade brennt und wie viel also erst in den linken dann in den rechten wir haben gleich über ein stick fiberglass wird so op werden aber man darf hier nicht ausräumen oder doch ich glaube nicht ok gut oder doch man darf ausräumen aber nur wenn das ganze team da ist glaube ich ja so war das weiß nicht aber noch äh bruchstein auch genau 700 ja ok dann mach ich noch mal ein paar öfen ich bin echt langsam im kraften also wundere dich nicht klar shiften kann ich schon aber also mach ich aber trotzdem bin ich langsam jetzt hab ich 64 oh mein gott bin ich dumm hast du jetzt 64 öfen gemacht ja oh mein gott bin ich dumm wirklich wirklich ja oh mein gott oh mein gott ich hab ich hab nur ein stack öfen da raus äh ich hab nur ein stack bruchstein da raus genommen und hab trotzdem durch shiften äh hab ich trotzdem wir haben gar keinen koppel mehr ne ja ach durch äh durch shiften durch shiften hab ich denn ich hab halt geschifftet ich hab eigentlich nur ein stack da raus genommen hab dann geschifftet und hab einfach 64 bekommen nach der folge schiff zerstört alles ja oh mein gott bin ich dumm egal karl kriegt man ja so oft wie guck jetzt mal hin wenn wir jetzt jetzt dem und gib oh nein ja gib mir mal alle öfen oder sind die da drin die sind da drin ja oh mein gott ich will mal bitte die kohle ich hab ja so hin weggeschmissen mein gott bin ich gerade dumm gewesen holz mein gott das ist was machst du gerade Also das muss jetzt erstmal alles brennen, aber das ist so geil. Mit der Clay & Sand Mixture. Es wird nachts, lass mal pennen gehen. Hä, warum macht er jetzt schon da was? Ist doch noch in gar keinem Team. Sein Endetal wird wahrscheinlich sowieso geklärt. Ja, okay. Sondern wir werden ihm die Startsachen geben. Okay, dann geh mal pennen. Ach, weil Nils ja drauf ist. Sonst wären es 50%. Ja, aber es reicht, wenn es über 50% ist. Also geh pennen. Weiß. Ja, aber Nils ist ja drauf. Sonst hättest es gereicht, wenn du alleine schlafen willst. So, so ist es, ja. Okay. 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 Das ist schon mal okay. Dann brauchen wir jetzt nur Creeper. Wir bräuchten eigentlich Copper für die ganzen Sachen, aber wir können natürlich auch Creeper killen. Also sei frausichtig. Oh nein, da sind die OP-Dinger, glaube ich. Glaub ich zumindest das Gefühl. Ich geh lieber rein. Kein Bock da nochmal irgendwie zu sterben. Weißt du das? Mhm. Okay. Ich hab Angst vor diesen OP-Dingern. Weil ich bin ja letztes Jahr schon zweimal da drin gestorben. Okay, den Kürbis kann man ja schon mal abbauen. Die Melonen. What? Sis. Warum? Wegen so einem Skelett. Das ist OP. Ja. Bis in dem Loch drin nicht da reingehen. Okay. Scheiße. Egal. Aha. Okay. Da bin ich jetzt wohl noch alleine, aber ich beende jetzt eh die Folge. Wenn ich jetzt alles ins ME-System gepackt hab, alles Wichtige. So, so. Ja gut. Dann das raus. Das raus. Kann das eigentlich brennen, während wir offline sind? Oder soll ich das brennen lassen? Bin egal. Mach das mal. Mach das mal. Lass. Genial. Ach Nils, er darf ja noch nicht drauf. Na gut. Egal, dann wende ich jetzt einfach mal die Folge. Hoffe euch hat's dir gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.